Freunde, in dem heutigen Spieleo spielen wir mit Jojo Roblox AP, gell? Äh, äh, was geht? Denk ich noch ein bisschen raus mit dir, oder? Ja, wie seid ihr aus Kaisernfetzel? Ich lebe auf, äh, nö, raus. Nö, schön auf, nö. Äh, nö. Okay, ähm, ja. Ich bin... Also, nö, das Beste, was nicht so cool ist mit meinem Läger, ist der Lüter. Der Läger, aber der Läger schreckt diese Aufmerksamkeit. Guck mal drauf, ey, lieber. Ja, ich bin bereit. Ja, ich mach ein 1 vs. 1 ist gegen dich, Messerkampf. Okay, okay, Messer gegen Messer. Äh, was, was, nein, 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 du bist... Oh, du bist ein Mörder? Ich dachte, du bist Infektion. Mein Freund, du hast gekämpft, du hast vor der Tür gekämpft. Bam, weg mit dir. Ich sag doch, heute gibt's Popo-Klatscher, mein Freund. Ja. Ja. Und Freunde, wollt ihr mal, dass ich mir meine Video-Elite kaufe und dann mal schauen, was alles von diesem Pack entscheidend ist? Schaut es mir mal gerne in die Kommentare, Freunde. Dann gebe ich halt diesmal das Geld nicht für Adopt Me aus. Was ich eigentlich immer mache, aber ich hab gehört. Freunde, am Donnerstag kommt der neuste Adopt Me Update. Oh, das heißt, wieder Robux verschwinden. Stimmt's? Ja, verstehe. Mein Haar ist so. Ja. Mein Freund, wo bist du überhaupt? Ja, hab ich mich gerade erschrocken. Oh, fast weggeklopst, ey. Was? Oh, ich hatte nicht was. In dem Video noch sehen wir hier einen Profi. Du kleiner, dreckiger Fotzer. Du. Aber warte mal, ich weiß etwas ganz Besonderes, was du nicht weißt. Ich weiß auch was, was du anrufst. Äh, warte mal, was? Nein, 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 nein. Oh, Mann, ja, auf seinen Kanal haben wir ein Video aufgenommen, auch. Lol. Ich bin wieder Mörder. Freunde, ich war jetzt die ganze Folge schon Mörder. Haha. Ich seh dich auch gerade gar nicht. Ich bin auch gerade gar nicht hinter dir. Wie schon gesagt. Ich bin gar nicht hinter dir, mein Freund. Ich denke, ich steck fest, hab ihr. Ich versuch mich doch zu bekommen. Ich kenne deine Logik, mein Freund. Fast hatte ich den. Oh, was hast du heute? Jetzt war ich den. Ich muss das jetzt machen. Okay, dann sag ich das halt, wenn diese Runde vorbei ist. Wahrscheinlich ja, klar. Das heißt, wir können eine gute Mörderattacke auf ihn machen. Und let's go. Weißt du, was ich dir unbedingt mal erzählen muss, mein Freund? Was? Ich hab in dein Bett gefurzt. Äh, also, mit meinem Liegen bin ich nicht. Hm, das wirst du ja noch sehen. Okay. So, und ich bin wieder Mörder. Warte mal, ich bin jetzt schon die ganze Folge Mörder. Hast du das gesehen? Ja, und ich hab dich genau auch getötet. Let's go, Brutto. Wuhu. Wenn du mein Freund wüsstest, den kluckst. Nein, 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 nein. Soll ich dir etwas sagen? Die Leandro-Army wird in die Kommentare schreiben, dass du ein Noob bist. Weil du es auch bist. Ich kann dich auch nicht machen. Nein. So? Ähm, das war Nuba. Einfach ruhig, ich muss auch das erledigen. Äh, was denn? Äh, was zum, ähm, ja, auch egal. Machen wir uns den Lieblings-Shift-Log an und Freunde, jetzt kämpft wir mal. Äh, ich kann einfach von hier oben die Map sehen. Äh, okay, die Map schwebt im Himmel. Mein Freund, ich bin ein Camper. Äh. Ja, das hast du wahrscheinlich ja gesehen. Oh mein Gott. Und, weg mal die Afrika. aber wo bin ich wohl jetzt da bin ich aber wieder rausgegangen warte mal was mein computer geöffnet ja keine ahnung warum ich ja ich sag doch leg dich nicht mit der andere amir an die ist einfach zu stark richtig die sofort runter von mir ja ich habe das ging schnell und wo bin ich wohl jetzt nein nein kein schul stimmt wirklich ich werde jetzt hier einfach kämpfen da habe ich nicht gerade erschrocken weil ich nicht gedacht ist dass du so klug bist ich bin runter gesprungen dann habe ich dich einfach erledigt ja ich sag ja ich bin der profi warum da bin ich übrigens gespawnt warum er hat mich in ruhe mein freund ja okay mache ich ich habe gesagt ich mache ich weiß was du machen wird ich mache ich wirklich störe ich störe ich störe ich störe einfach mal gucken ich möchte es gerne anschauen weißt du was ich jetzt da mache der loser tanzt für dich auch egal und hä warum werde ich immer mörder hier ich glaube mörder mystery will dass das video geil wird ich habe auch kein schiff an was wir haben uns beide gleichzeitig erledigt ja ja freundin ihr seht schon unentschieden ja krass ja tolle wie ist ja endlich oh ja jetzt bin ich dass wir nicht gelassen ich weiß wo du bist ach man ey du hast mich gesehen sorry wenn ich manchmal meine maus so aufschlage das liegt aber daran weil man weil ich auf meine maus aggressiv bin nein spaß ich bin nicht mehr aggressiv auf meine maus bam unfair nö nö du kamst hoch also habe ich dich abgekniftet oh das ist auf jeden fall mega nice freunde lasse ich glaube nach oben da wenn ihr wollt dass jojo mörder wird desto mehr daumen nach oben desto mehrmals wird der mörder und alle die alle die alle die die mich abonnieren die werden dann die sind dann dafür dass ich mörder werde oh ok ein abonnent mehr also nein 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 ich bin innocent nein das war ein fake messer das habe ich gekauft für 733 milliarden robux lass mich in ruhe mein freund da war eins auf dem po habe ich doch gesagt ja genau ich kenne dich noch mein freund aber du musst nein spaß mal bist du nicht genau die gleiche person ach egal ich weiß wo du bist und das wird nicht gut für dich ausgehen du hast schon immer einen hoop in meiner mystery also wirst du auch nicht besser sein hey Freunde ich esse jetzt ich esse jetzt zum mitleid esse ich jetzt meine allerletzte schokolade wenn ihr sie hören könnt ich mache extra ins mikrofon und oh yeah let's go ich weiß wo du willst wo denn im green sneakraum hm vielleicht ich bin im keller ich bin doch gar nicht nachgeschaut ich bin nach mir ich bin nach meiner Tür nein blöde Tür ich bin nach meiner Tür ich bin nach meiner Tür Aktiviert die Glocke, wenn ihr nicht mehr von weiteren eurem Mystery-Videos noch mal den Kanal verpassen wollt. Oder würde ich sagen, bei 5 Likes gibt es die nächste Zeit. Ciao,